Ich hab noch extra gekauft in der Nähe. Da brauche ich eigentlich auffahren, da ist ja jeden Meter dick stehen. Warum sollen sie da räumen? Da muss man aber auch mal ein bisschen eher blinken. Das ist das richtige Hausnummer. Hammer! Hätte er aber schon weg sein können. Wird ausgeschrieben. Wahrscheinlich weil er auch pinkeln. Der Flug war nicht da. Ich kann mich da jetzt hinstellen. Hoffentlich konnte er jetzt nicht wenden. Naja, so lange dauert es ja nicht. Hier, dein Ding. Ja. 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 Wollens, tranh rein! 20. 20. 20. 20. 20. 21. 20. 21. 25. 20. 23. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.